Der kleine Prinz von Cambridge ist erst ein paar Tage auf dieser Welt und schon ein Werbestar. Um dem Royal Neuzugang zu huldigen, haben sich nämlich US-Firmen etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie machen den königlichen Wonneproppen zum Mittelpunkt ihrer Kampagnen. In der Badewanne zaubert ein Shampoo eine ganz besondere Schaumkrone. Dieser Keks gehört in Milch getunkt. Das gilt auch für kleine Prinzen. Und wenn die Eltern anstoßen wollen, können sie das mit ihrer eigenen Cola machen. Ein Donuthersteller wirbt mit kleinen Donutbällchen in Babyfarben und grüßt mit einer Torte. Ein Windelhersteller findet, dass jedes Baby ein kleiner Prinz oder eine Prinzessin ist. Und diese Werkzeugfirma zeigt, wie William und Kate ihr Zuhause babysicher machen können. Ein Wunderschöne Elektrisch